Martha Kelly Ich habe wirklich hart gearbeitet, um mich um meine Familie zu kümmern. Martha Kelly ist eine der talentierten Künstlerinnen der deutschen Musikindustrie. Sie ist nicht nur Sängerin, sondern auch Autorin, Produzentin und Schauspielerin. Was jedoch nur weniger wird sind, Martha Kelly musste durch finanzielle Schwierigkeiten gehen und die Erziehung der ganzen Familie bewältigen, als ihre Eltern starben. Martha Kelly wurde in eine Musikfamilie hineingeboren und wurde schon in jungen Jahren Künstlerin. Sie hat viele Schwierigkeiten durchgemacht, um ihren heutigen Erfolg zu erreichen. Als ihre Eltern 2008 starben, blieb Meita jedoch die Verantwortung, zwei jüngere Brüder und eine Schwester groß zu sehen. Damals nahm sie nahm, in einem Restaurant zu arbeiten und verkaufte sogar Fälschungen, um ein soziales Einkommen zu erzielen. Mit einer starken Leidenschaft von Musik und unerschütterlicher Entschlossenheit gab Meita jedoch nicht auf. Sie entwickelte ihre Karriere und wurde zu einer der beliebtesten Künstlerinnen Deutschlands. Mit ihrer klaren Stimmen und ihrer großartigen Kompo-Ristorischen Fähigkeit ist Meita zu einer Ikone in der Musikindustrie geworden und bringt ihrem Publikum immer wieder Freunde. Martha Kelly hat bewiesen, dass mit Leidenschaft und unerschütterlicher Entschlossenheit jede Schwierigkeit überwinden können. Sie ist eine starke, respektive Frau mit grenzenloser Liebe zu ihrer Familie. Sie ist zu einer Inspiration für andere Frauen geworden und bringt wahre Werte in die Gesellschaft. Allerdings wissen wir nur weniger, dass sie immer noch eine alleinerziehende Mutter ist, die mit viel Schwierigkeiten konfrontiert, um ihre Kinder groß zu sehen. Nach der Schneidung von ihrem Ex-Mann musste Martha Kelly die Erziehung ihrer drei Kinder alleine übernehmen. Dies verlangt von ihr, härter zu arbeiten, manchmal bis zu dem Punkt, an dem sie ihre eigene Gesundheit vergisst. Aber mit außerordentlicher Entschlossenheit und Energie wird sich Martha Kelly weiterhin ihre Musikkarriere und kümmert sich gleichzeitig um ihre Kinder. Sie ist eine starke und energische Alleinerziehende Mutter geworden, die sich immer ihrer Arbeit gewidmet und ihren Kindern immer auf richtige Gefühle entgegenbringt. Martha Kelly ist seit vielen Jahren in der Musikbranche tätig und seit je einer der beliebtesten Künstlerinnen in Deutschland und Europa. Nur wenige wissen jedoch, dass sie außerdem eine entschlossene und belastbare, allein entziehende Mutter ist. Dass sie sich neben der künstlerischen Arbeit auch um ihre Familie gekümmert hat, ist wirklich bemerkenswert. Wir müssen den Bemühungen und der Entschlossenheit von Martha Kelly und anderen alleinerziehenden Mutern auf der ganzen Welt Respekt und Verstärkung entgegenbringen. Sie sind respectable Frauen, die hart arbeiten und sich um ihre Familien kümmern und Vaterpärter in die Gesellschaft einbringen. Judith, Herru, das spielt seinen Fragen an meinem Namen von Christen und Vaterpärter in diejenigen, Vielen Dank.